Oh, ich weiß es nicht. Ah, scheiße. Ach, als ob das ein Timing ist. Fuck. Press A to... Ach, scheiße. Na, Butter. Weine nicht, wenn der Regen fällt. Ich habe mal ausgerechnet, ich habe ja ungefähr eine 10% Chance, das Insane-Dim-Roulette zu wheelen. Und ich glaube, dass ein Extreme-Dim kommt, ist ungefähr 15% Chance. Ja, wenn das jetzt so läuft wie gestern Abend, dann komme ich jetzt jeden Run hier hin. Man. Die Hard-Dim-List gibt schon ein paar Aids-Level, die ja auch eigentlich ein 10-Dim sein müssten. Ich bin jetzt mal pissed, dass ich jetzt das erste Mal wieder mache. Wenn ich jetzt mal schaueHD-Klein. Ich kann euch jetzt malади TW-Klein. Ich bin jetzt mal auf��end. Jetzt bist du hier mal ein paar Aids-Level. Ich bin jetzt mal dringend. Und jetzt muss ich jetzt den코ern abbilden von TW-Klein. Ich kann euch einfach mal wieder wissen, dass es in dem Moment gibt. Also, ich kann euch vielleicht diese Fragen zu können. Aber dann habe ich das auch mal wieder rausgenommen. Ich bin mir das mal wieder. Ich will jetzt mal wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Das Level ist cool, kann man nichts sagen, vielleicht ein bisschen unbalanced, aber gut, wenn man halt sowieso besser ist als die Difficulty, dann ist es für einen auch nicht mehr wirklich unbalanced, dann muss man halt nur den einen Part ein bisschen mehr üben. Was habe ich? 592, also das ist mit Abstand das wenigste, was ich jemals auf dem Harddeep gebraucht habe.